Denn ich wühle ja gern in fremder Leute Schlüpper rum, wenn die auf so ner versifften lassen Straße liegen, ganz klar im Gruselwald. Mammutbaum, Schnitzerei, Freitlicht. Ein Freitlichtmuseum? Ich glaube das F ist zu viel, das heißt eigentlich Reitlichtmuseum. Was zum Himmel ist hier geschehen? Und warum habe ich Zeit, Rucksäcke in mein Notizbuch zu malen? Ich habe gemerkt, dass Objekte vorübergehend die Form ändern, als wären sie mit einer Illusion überzogen. Wie mein... Nein, ich mache jetzt... Den Witz mache ich nicht. Nein, nein. Ein Foto. Von Harry Potter und seiner späten Familie. Ich komme nicht mit meiner Hand heran. Dann steck doch deinen Kopf da rein, Junge. So, Scherben können wir nicht aufsammeln, um irgendjemanden niederzustechen, natürlich nicht. Tippe auf das Mädchen, um mit ihr zu sprechen. Hallo, hallo. Eine farbenfrohe Darstellung der mütterlichen Liebe für ihre Tochter. Ach. Jaja, komm Schnauze, gib mir dein Schmetterling. Gib sie mir nicht her. Ich will die ja beruhigen, aber es hilft einfach nicht. Beruhig dich! Ich muss die Schramme zuerst desentifizieren. Enti. Weißt du, mit einer Ente abreiben muss man die zuerst. Und ihre Hand ist eine Schramme. Ich muss sie verarschen. Ein Bauchnabel. Wie ekelhaft. Ich hasse Kreaturen mit Bauchnabel. Widerlich. Dann würde ich sagen, hallo Kerosin. Sieht ein bisschen aus wie Marderurin. Ich muss sie alle finden. Pokémon. Dieses Bild ist stark verdreckt. Ich kann kaum etwas erkennen. Dann wasch dir mal die Augen. Was? Nein, ich habe nichts gemacht. Dieser Kopfschmuck hat etwas federn lassen. Verstehst du? Etwas federn lassen. Boinga, Boinga, Boinga. Ich habe einen coolen Rahmen. Kriegen wir einen ekelhaften Fisch. Was für ein Scheißtausch. Die Nüsse steigen erst an, wenn ich den Abfluss freilege. Hört sich an wie in einer schwulen Bar. Weißt du, alles hier rostig und alt, aber die Schrauben tippitoppi neu. Das sind Qualitätsschrauben. Der Rest ist scheiße. Unfassbar. Un... Warte. Hört man das eigentlich? Warte mal. Oh, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, mein Schuh macht Geräusche. Ich hoffe, dass... Ja, ich traue mir zu sitzen die ganze Zeit. Einen Sechskant haben wir auch noch. Da können wir gleich mal zu Ikea fahren und Regale aufbauen. Nehmen Sie einen spannenden Spielenteil. Machen wir gerade. Befestige den Baumstamm. Wäschewettrennen und viele mehr. Hört sich an wie ein gelungener Kindergeburtstag. Nachdem die Eltern verprügelt werden. Die Aussparung... Aussparung! Ist ähnlich geformt. Fliegen, Klatsche, Schmetterling, Schnurrbart. Entschuldigung. Ich, äh, fand ich ja überhaupt nicht lustig. Dort ist eine dünne Spalte. That's what she said. Ja, das sieht hungrig aus. Ja, hier, frisst eine Greifzange. Und das binde ich der Alten an den Arsch. Der Form eines Rabenkopfes. Steck doch mal deinen scheiß Krähenkopf da rein, Oma. Äh, 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 äh. Natürlich schneiden wir nur die Wurzeln durch. Die Beweise blinken like crazy, Alter. Und wer hatte Recht? Es ist dieser Typ hier. Der hatte Recht. Ja. Er hatte Recht. Er hatte Recht. Er hatte Recht. 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 Ich bin noch nicht heiser. Nein, nein. Linzensierter? Was ist denn ein linsensierter Detektiv? Linzen und Bohnen oder was? Oh, yeah. Schmetterlingssammler. 30 von 30 Schmetterlinge. Auf 100 Prozent durchgespielt. Geil. Scheiße.